Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit mir, eurem Sepp. Hallöchen! Ja, es tut mir leid, mein Aufnahmeprogramm hat ein bisschen gesponnen. Wir haben zwei Tage mal übersprungen. Ihr seht es auch, wir haben jetzt 182.000 Gold. Dieses Gold haben wir eigentlich nur dafür bekommen, dass wir unten unsere ganzen Blueberries verkauft haben. Weil die waren natürlich wieder reif. Nachdem wir die hier ja geerntet haben, waren natürlich die anderen Blueberries auch reif. Dann habe ich einen Tag am Strand verbracht. Wie ihr seht, ich habe Korallen geholt, die ich jetzt auch verticken werde. Trüffelöl habe ich nicht. Das verticken wir natürlich jetzt auch alles. Mein behinderter Nachbar ist wieder dumm am Klopfen. Ich könnte durchdrehen. Einmal in Ruhe auf, nebentagsüber. So, ja, falls euch der wundert, warum das schon mehrere Folgen mal so ist, der renoviert da unten seine Wohnung frisch. Und das halt jeden Tag da rumklopfen. Das ist echt, echt doof. Und dann immer auch dann, wenn ich von der Arbeit heimkomme. Das ist halt so richtig, richtig doof. Gut, wir holen uns unsere Red Cabbage und überlegen uns natürlich, was wir neues pflanzen. Wir haben Gott sei Dank Sonntag. Da hat der Laden offen, komischerweise. Sonntag ist ja eigentlich Ruhetag. Und dann gibt es auch was zu sehen. Wie gesagt, das Blueberry ernten war dasselbe wie jetzt hier das Red Cabbage ernten. Also total useless. Muss man nicht gesehen haben. Ich weiß nicht großartig. Irgendwie Holzfällen auch nicht und solche Sachen. Tut mir leid, dass die zwei Tage jetzt flöten gegangen sind. Aber lässt sich wohl nicht wieder rückgängig machen. Deswegen überspringen wir die einfach. Ich denke, das lässt sich verzeihen. So, dann laden wir hier auch fertig mit unserer Ernte. Ach nee, da oben noch. So, kommt her. Nice. Gut, das verticken wir schnell. Und dann reiten wir in die Stadt. Und gucken mal, was wir neues anpflanzen. Ah, die Waldfee richtig fett. Ach ja. So, dann reiten wir mal los. Auf geht's. Pferdchen nicht stehen bleiben. Aber wie viele Samen brauchen wir denn da jetzt? Ah, ich nehme mal 200 mit. Das wird schon reichen. Aber Vorrat fürs nächste Jahr. Ich bin ja relativ großzügig, was das angeht. It's locked. Naja. Müssen wir halt kurz warten, bis es hier dann auch weiter geht. 20 Minuten. 10 Minuten. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Und das ist fertig. Welcome. So, was waren die Red Cabbage denn? Irgendwas war, dass die sich nicht nochmal ausgehen, ne? Nine Days. Jo, was haben wir denn hier noch so? Radischirn. Sechs Tage. Das heißt, morgen der Erste, 22. wird sich perfekt ausgehen bis zum 28. Weed. Vier Tage. Und da ist Pflanzen, die nochmal wachsen, 12 Tage. Jetzt sagen wir, wir geben auf die Radieschen noch, wenn sie wahrscheinlich nicht viel geben werden. Äh, das... Ne, wir nehmen einfach die Radieschen. Wir könnten natürlich jetzt noch in die Wüste fahren und dort gucken, was wir dort noch holen könnten. Ja, ich denke, die Radieschen sind schon okay. Kosten nützen uns auch nicht so viel Geld. Bleibt uns mehr über. Gut, dann werden wir das mal alles sehen. Und natürlich den Honig da umholen. Der immer noch nicht in der Nähe von Blumen ist. Aber okay. Gut, dann werden wir hier mal auf die altmodische Weise durchlaufen und schön alle Samen verteilen. Das Feld besamen. Machen wir dann hier zurück. Gut, dann hier die Felder noch. Zwischendrin. Zwischen den Ritzen muss auch gesät werden. Gut, da, 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 da ist fertig. Dann fehlt uns noch das Feldchen da oben. Haben wir wieder zu viele Samen gekauft, ne? Na ja. Ich übertreibe immer gerne. Ist unnötig, aber mittlerweile haben wir das Geld ja zum Kacken. Deswegen sollte das auch nicht so schlimm sein. Gut, Radieschen sind gesät. Gut, das müsste soweit klappen. Dann gucken wir mal kurz bei den Tierchen vorbei. Oh, wir haben eine Hasenpfote bekommen. Das ist natürlich eine etwas seltene Angelegenheit. Nein, ich möchte es nicht essen. So, die Kuh noch. Unsere einzige Kuh. Und die gefleckt. Nein, ich möchte sie anklicken. Zweieinhalb Herze. Das ist okay. Damit kann ich leben. Okay, ist soweit alles fertig. Wir gehen mal schlafen. Mal gucken, dass wir über Zeiten durchkommen. Kann ich euch noch einen Tag zeigen und dann passt das. Dann ist die Folge auch schon wiederum. Was haben wir denn hier bekommen? 59.000. Nur für das. 2.000 für ein bisschen Strandausflug. 750 für unseren Diamanten. Macht 62.777. Jawohl, wir gehen auf die 300.000 zu. Obwohl wir nur 200.000 haben wollten. Oh, der Dauwisch hat Geburtstag. Na gut, dann haben wir wieder erstmal ein flares Inventar. Ey, das heißt nicht, die Wand melken. Bei dir nicht in Ordnung. So, das wechseln. Oh, die Blueberry sind schon. Wow, 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 wow. Geht aber fix. Dann ist ja morgen schon wieder ein Blueberry-Gedönse fertig. Oh, da bin ich mal gespannt, ob wir bis zum 28. Tag nochmal eine Ernte kriegen. Das wäre natürlich echt lauernd. So, hier die Beere will ich auch haben. Gut, das sind alles meine. Die letzten, die haben wir ja aufgehoben in der Box, damit wir Samen machen können. Diesmal werden sie vertickt. Zack, zack. Weg sind sie. Gut, das wächst hier alles. Wächst und gedeiht die Radischen. Gucken wir mal kurz zu den Flödermäusen. Eine Plump. Und dazu noch eine Wilde. Die darfst du essen. Gute Leer. Da ist die Kuh. Da ist die Kuh. Jo, sie wird immer zufriedener und immer zufriedener. Drei Sternchen haben wir schon. Äh, Herzchen. Dann brauchen wir natürlich auch wieder ein bisschen Holz. Und mir geht das hier echt auf den Sack, das ich absolut gar nicht zähe. Deswegen werden wir hier mal kurz ein bisschen aufräumen. Gut, dann hier noch. Das muss hier alles weg. Das nervt mich nur. Ich sehe nichts. Ein Pferdchen, wenn ich da abstelle, verliere ich ständig. Ich möchte hier keine Bäume haben. Außerdem brauche ich eh irgendwann mal Platz, um noch das letzte Gebäude zu bauen. was wir brauchen. Nämlich unser unsere Slime Farm. Schlägt ins Leer und macht nichts. Das ist der Knaller, ist der Typ. So. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Ich bin Doktor. Es ist meins, es ist meins. So, weg. Fällt den Baum. Gut, dann die Kleinen lassen wir da noch stehen. Und dann... Den hier möchte ich nur wegmachen. Aber von der anderen Seite am besten hacken, weil sonst gehen die verloren. Die Sachen. Baum fällt. Der nächste fällt auch gleich noch. perfekt alles meins alles meins wenn wir auch wieder ein bisschen mehr holz das lagern wir alles ein in unsere kleine kiste und das rein das rein das rein tut das hat es rein für die harzer hier milch hier rein kommt ein hasenfuß it's lucky könnte man vielleicht auch mal gucken ob man damit noch irgendetwas anstellen kann was sagt er da nicht mein kalender er hat geburtstag was mag denn der noch mal schnell das ist ein alien so viel wissen wir ein alien von anderen planeten der nicht an der tagesoberfläche rumläuft weil er es nicht schafft die sonnenstrahlung zu verarbeiten wenn ich das richtig verstanden habe im buch und deswegen schenken wir ihm eine mütze nein eine mütze haben wir nicht aus dem material mütze auf wir schenken ihm eine sonne für untertage so ein pferd wir haben ein pferd verloren hier so eine scheiße hier na gut wir laufen mal hin und schenken ihm eine kleine solare sense eine solare sense mit der sich sonne unter der erde machen kann ich denke dass wir den kleinen kerle freuen hier deine sonne stimmt ich kann den ja noch nicht übersetzen aber hier sehe ich ob es ihm gefallen hat oder nicht denn er hat heute ja geburtstag nein es hat ihm nicht gefallen na gut dann keine sonne für unter der erde nicht für dich und nicht heute gut dann fahren wir mal nach hause nicht ins query nach hause genau hier super 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 die blume brauchen wir nicht wir haben glaub ich soweit alles soweit so gut hier auch dann können wir schlafen gehen und die folge mal heute beenden dann ist es mal ein bisschen kürzer aber hier ist das echt unmöglich laut, der wird da unten wahrscheinlich noch länger weitermachen. So wie jetzt schon wieder. Ich möchte nicht, dass ihr das geklopft irgendwie hört im Hintergrund. Gut, wir haben nochmal 14.000 bekommen. Dann haben wir nochmal die große Ernte. Hier, Blueberries, die gibt nochmal 48.000. Na, wir sind bei 251.000. Ihr seht das jetzt quasi, wir haben den 23.000. Hier speichern wir. Und da, schön. Das ist das, was ihr letztes Mal verpasst habt. Einfach diese Blueberries ernten. Machen wir beim nächsten Mal. Allerdings würde ich mir wünschen, wenn ihr mir in die Kommentare unten reinschreibt, so 30, 40 Leute gucken sich das ja immer noch an, das Let's Play. Auf was ihr denn so Lust hättet, was ihr denn so neue Sachen gerne sehen möchtet, ob ihr vielleicht noch Wünsche habt oder Anregungen, würde mich über jedes Kommentar freuen. Ansonsten, wie immer, wünsche ich euch sehr viel Spaß beim selber daddeln. Ihr dürft mir natürlich auch Vorschläge schreiben für neue Spiele, was ich mal anzocken soll oder diverse andere Dinge. Ihr habt gesehen, ich habe neulich auch ein Tabletop-Spiel rausgebracht, so ein Kartenspiel, das suchte ich momentan gerade so ein bisschen nebenher, was man auch auf dem Handy und so spielen kann. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Alternative zu Hearthstone und den diversen anderen Strategiespielen, die meistens sehr langwierig sind. Hier Stellaris warte ich ja noch auf die neuen Patches, damit die KI endlich wieder anspruchsvoll wird und man nicht alles, was analysieren kann, wie man möchte. Schreibt mal einfach mal Anregungen rein, was ihr euch noch so vorstellen könntet. Ansonsten warte ich auf Hearts of Iron 4 und noch auf No Man's Sky. No Man's Sky ist auf jeden Fall spiel ich, werde ich spielen. Werde ich auch Videos versuchen zu machen, wenn es meinen Rechner hergibt. Und dann, wenn ihr so noch was habt, dann gerne immer ausspucken. Ich bin bereit, gerne auch was zu machen, mir auch ein Spiel anzugucken und euch Tipps zu geben, mich darüber zu informieren. Schreibt mir einfach eure Vorstellungen und was ihr euch noch so vorstellen könnt. Soweit, so gut. Viel Spaß beim selber daddeln. Ich bin erstmal raus und einen schönen Nachmittag. Euer Sepp. Ciao, ciao.